Refurb ist ein Marktplatz für Refurbished Electronics, das heißt es sind gebrauchte Handys oder Laptops, die werden wieder vollständig erneuert und sehen dann aus wie neu. Der Kunde ist parat bis zu 40%, bekommt mindestens eine Garantie und die Produkte sind dann super nachhaltig. Das Ganze ist so entstanden, dass ich ein Handy kauft habe über eine große Gebrauchtplattform in Österreich und das Handy dann auf Zusammenhalten kaputt war, ich keine Gewährleistung gehabt habe, keine Garantie und wir dann wieder aus eigener Tasche ein neues Handy kaufen müssen. Da habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass die ganzen Gebrauchtprodukte relativ schlecht sind, die ganz normale Produkte aber so extrem teuer sind. Es muss halt irgendwas geben dazwischen. Jetzt habe ich nicht auf Refurbished Produkte gekommen, was so mühsam ist die ganze Bürokratie, also GmbH-Gründen, die ganzen Formulare und Ausführungen, die ganzen Behördengänge sind das eine, das ist natürlich zeitintensiv, aber das schafft man schon. Das größte Problem ist eigentlich die Kosten, die beim Mutter anfallen, die beim Anwalt anfallen, dann komplett gleich wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich läuft es bis jetzt sehr gut. Natürlich macht man viele Fehler, aber die muss man schon so machen. Sowohl Leute, die wie wir schon ein Produkt gehabt haben oder zumindest gestartet sind, als auch Leute, die nur Ideen haben. Ich glaube perfekt, wenn man dort einen Mitgründer findet. Kann es allen empfehlen, die interessiert sind, weil man auch einfach was dabei lernt. Und wenn man am Ende halt weit kommt und vielleicht auch gewinnt, dann hat man halt auch super Effekte, wie dass man mit den Investoren vielleicht besser zusammenkommt, dass man eine ganze Community bekommt wird. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Günstig, sicher und grün. Günstig, komm! Vielen Dank.